Hallo meine lieben herzlichen willkommen bei Fartes Frontier. Hier ist der Opa Mario, der alte Sack von Holzen und TV. Und ich wünsche wie immer gute Unterhaltung. Jetzt kriegen wir auch Brennholz. So, da können wir aber nichts priorisieren. Das ist hervorragend Brennholzgericht. So, let's back life here. Ach nee, Quatsch, das ist doch eine, oder nicht? Das ist doch eine Sammelschütte. Die hat doch den da gehört. Die ist doch da schon. So, Brennholz. Brennholzschild ist weg. Da geht nur einer. Passt nur einer rein. Ich habe doch hier irgendwo am Anfang. Ich baue da jetzt meine Fischerhütte hin. Okay. 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 Donne bei mir. Okay. 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 Rolling. So, Caioo. testen gucken was wird um die fische fangen oder nicht noch ein jacht zerlegt fleisch gut dann ist schon mal gut was markt markt beliebter markt start der platz haben wir magos so haben wir noch kein markt wo ist denn der blöde markt nicht bei ressourcen oder der markt ist doch nicht bei ressourcen markt im tg-grube und dings haben wir ja also auch diesen noch im sind noch im bau sind noch im bau ist ja auch wichtig die haben kein brennholz weil es kein keine stimme weil sie keine stimme haben sucht schutz vor wem fischereibestand 761 120 prozent fischereiproduktivität ist doch geil das ist doch schön das wird doch essen eigentlich 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 so 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 kann ich schon bauen das rosen tun da erst dann ok so år habe Ah ja, okay. Baumstimme, Mensch. Fleisch. Ah, Vogel eigentlich, das ist gar nicht eine Räuchermude. Eine Räuchermude, jetzt kann ich eine Räuchermude bauen. So. Was ist das? Das Lager ist voll. Da braucht man mehr Lager. Lager, Lager. Lager ist ja erstmal wichtig. Wann der Friedrich schon gut besucht oder was? Wo ist er denn überhaupt? Ja, ich glaube, das ist der Friedhof. Ja, das ist der Friedhof. Ein Waldfriedhof. Gleich ohne Wald, ne? Oh, Weidenbusch. Was war das mit den Körben? Die Weidenflechterei oder wie das? Da gab's doch irgendwas. Mann. Oh, Menü. Wie? Ja. Ja. Vielen Dank. Das ist ja für Steuern und so auch, ne? Haben Sie gesagt. So. Gucken wir doch irgendwie. Alles ans Laufen kriegen. Die Märkte bringt Geld. Wann sonst haben wir hier noch? Das ist. Tja. Blattgemüse. Können wir schon aufwerten. Verbessern. Ach, wir haben keine Bretter. Bretter brauchen wir. Steine. Steine auch nicht. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.